Hallo, ich bin die Andrea Küsser, die Geschäftsführerin der AMC Österreich. Mein Team und ich, wir stellen euch heute vor, wer ist denn die AMC Österreich? Und ihr werdet gleich merken, unser Motto ist Miteinander Füreinander. Also, kommt mit und tritt ein! Hallo, mein Name ist Gebhard Mischitz, ich bin der Regionalmanager für Österreich Süd und West und auch der Schulungsleiter für Österreich. Was uns wichtig ist, wir nehmen unsere Mitarbeiter und neuen Kolleginnen und Kollegen an der Hand. Das heißt, wir begleiten euch durch die ersten Monate bei uns, ganz egal, ob ihr schon Verkaufserfahrung habt oder ob ihr noch völlig unerfahren seid. Unser Training planen wir so, dass es für jeden passt, also ganz individuell an eure Bedürfnisse angepasst. Es scheint erfolgreich zu sein, es scheint auch allen Spaß zu machen, denn nicht umsonst haben wir unter anderem auch schon Kollegen, die schon seit mehr als 30 Jahren mit dabei sind, wie zum Beispiel meine Kollegin. Grüß euch, ich bin Nisius Conny im Kimausen-Tiroler Oberland. Wie so viele Märchen mit, es war einmal beginnen, hat der Mainz bei ANC vor 37 Jahren angefangen. Ich war ganz eine junge Mama, habe eine nette kleine Familie gehabt und wollte einfach zum Wohl ein bisschen was finanziell dazu beitragen, dass wir uns viele Wünsche, Ziele und Visionen erfüllen können. Die freie Zeiteinteilung war ganz wichtig für mich, weil trotz Arbeiten haben, habe ich genügend Zeit für meine Familie gehabt. Und dann mit so einem wunderbaren Produkt wie unsere ANC Garenheiten, Menschen zu faszinieren, mit Menschen zu arbeiten, zu kommunizieren, unser Motto besser essen, besser leben, denen ein bisschen nahe bringen können, geben, braten und noch vieles mehr, was einfach mit ANC möglich ist. Das war genau das Richtige für mich. Die Unterstützung in der wunderbaren ANC-Familie habe ich gleich erfahren können. Die haben mich bestärkt und so ist aus dem Job eine richtige Herzblutgeschichte geworden, die bis zum heutigen Tag angehalten hat. Und ich habe immer gesagt, wer seht, wird ernten. Und genau so war das. Und ich kann euch nur empfehlen, schaut zu einem zu ANC. Egal ob Single, Familie oder auch im Benzionischenalter. ANC öffnet für jeden die Türen und heißt auch jedem Willkommen. Und meine Mutter, wo immer, wer arbeitet, wird den Erfolg spüren. ANC ist und bleibt unsere Zukunft. Und ich verspreche euch eins, dann könnt ihr es auch einmal nach ein paar Jahren sagen. Es war einmal. In diesem Sinne wünsche ich euch allen eine gute Zeit und pfiert euch. Mein Name ist Petra Pallianig und ich bin Regionalmanagerin vom Norden und Osten von Österreich. Wie ihr hier seht, stehen hier Töpfe und Pfannen, aber wir verkaufen tatsächlich ein ganzes Kochsystem. Und zwar, wir zeigen unseren Kunden, wie man fettlos braten kann, wie man automatisch kochen kann. Das ist unser Helfer in der Küche. Man muss nicht mehr ganze Zeit beim Herz stehen. Und wir haben hier unser automatisches System, das sehr gerne auch bei unseren jungen Kunden angenommen wird. Und unser Motto ist, besser essen, besser leben. Das spiegelt sich in unseren Produkten, in der Qualität unserer Produkten und in dem Umgang mit unseren Mitarbeitern. Wir bieten die Möglichkeit, dich bis ins Top-Management zu entwickeln. Wir bieten aber auch maßgeschneiderte Pakete für jeden von euch. Ob das jetzt die alleinerziehende Mama ist, ob das jemand in Pension ist, dem zu Hause die Decke auf den Kopf fällt. Wir haben einfach die perfekte Lösung für jeden, um bei uns durchzustarten. Wie eben schon gesagt worden ist, wir eröffnen dir dein Geschäft. Wir geben dir deine Auslage, deine Ware. Wir machen das Marketing, das heißt Kundenaktionen. Das Service übernehmen wir, wenn einmal wirklich ein Problem mit einem Produkt sein sollte. Das Inkasso übernehmen wir. Du brauchst dich da um nichts kümmern. Die Ausbildung, all das übernehmen wir als starke Partner von dir. Das Einzige, was ich mir wünsche, dass du halt unterwegs bist mit deinem Geschäft, die Tür öffnest und einfach Spaß und Erfolg hast. Hi, ich bin die Bianca, bin 27 Jahre jung und habe eine entzüglichen Tochter mit 21 Monaten. Warum AMC? Ich kann mein Hobby zum Beruf machen und baue mir zurzeit gerade ein zweites Standbein damit auf. AMC hat ein super Ausbildungssystem und so bekomme ich Familie, Job, Karriere in einem Topf und ich kann euch AMC einfach nur weiterempfehlen. Kommt, steckt ein. Ja, und auch für junge Menschen, auch berufsbegleitend, für Mamas in Karenz. Wir bitten für jeden eine Lösung, bei uns sich einen tollen Zuverdienst zu sichern, gerade jetzt in Zeiten mit hohen Kosten, vielleicht die große Gelegenheit. Hallo zusammen, ich bin seit sechs Monaten Mutter unserer Sohnes und seit Ende meines Mutterschutzes auch AMC-Beraterin. Das Tolle daran, da ich online zu Hause geschult werde, kann ich meine Mama Jobzeit selbst einteilen. Und da wir Jungen, ja smart sind, überzeuge ich meine Interessenten ganz einfach virtuell mit Partys von zu Hause aus in meinen Mama-Pausen. Und genau das ist das Schöne an meinem Beruf. Ich arbeite mit so vielen Menschen zusammen, die hier bei uns ihre Erfüllung, ihre Aufgabe gefunden haben, die Anerkennung, nach der sie gesucht haben. Weil wie oft bekommt man zu Hause einen Applaus, wenn man gut gekocht hat? Eher selten nehme ich an. Und bei uns kriegen unsere Leute jeden Abend, sieben Mal in der Woche, wenn sie wollen, ihren Applaus von ihren Kunden. Aber auch von uns als Firma, wir haben auch sehr viele Wettbewerbe. Und auch die Karrieremöglichkeit gibt es auch, wenn man mehr will, als nur Beraterin zu sein. Also die Chance steht für jeden offen. Mein Name ist Traude Humor. Ich bin 68 Jahre jung und wohne im Baumgarten im Burgenland. Seit einigen Monaten bin ich ANC-Kundenberaterin. Warum das? Das gesunde Kochen mit ANC ist mir schon seit meiner frühesten Jugend ein Bedürfnis. Nach dem Kennenlernen des neuen ANC-Kochsystems heuer ist mir bewusst geworden, was Lebensqualität in der Küche heißt. Automatisches, gesundes, zeit- und stromsparendes Kochen steht bei mir jetzt auf der Tagesordnung. Letztendlich habe ich mit ANC mehr Zeit für meine Hobbys, das Malen und das Singen. Und ein Hobby ist jetzt noch dazu gekommen. Ich lerne liebend gerne Menschen kennen und zeige ihnen mit Begeisterung und Freude das ANC-Kochsystem. Zwei meiner Kunden konnte ich schon für das ANC-Beratersystem werben. Und ein Hobby zum Beruf zu machen, ist ja nicht schlecht. Und die Pension ein wenig auszubessern, auch nicht, oder? Ich habe selbst vor drei Jahren als Beraterin bei ANC gestartet und das nur nebenberuflich. Mittlerweile bin ich seit Jänner 2023 Managerin. Ich habe mich wirklich selbst hochgearbeitet, auch das ist bei uns möglich. Und ich habe mir auch selbst ein Team aufgebaut, auf das ich wahnsinnig stolz drauf bin. Hallo, ich bin die Karin, komme aus Wieselbrück und bin seit Jänner 2022 Teil der ANC-Familie. Ich bin als selbstständiger ANC-Beraterin unterwegs und mache seit April hauptberuflich. Und die Motivation dafür war, weil ich selber schon über 20 Jahre ANC-Anwenderin bin. Und es macht total viel Spaß. Erst habe ich als Nebenjob gestartet. Wir sind super geschult, wir sind immer wieder mit Online-Trainings weitergebildet worden. Es macht super viel Spaß. Ich darf jetzt beim Messerteam mitwirken und der Erfolg zeigt sich total. Und ich bereue keine Veränderung. Es zahlt sich aus, wenn man etwas riskiert. Also, viel Spaß und trau dich. Mhh, das duftet. Also das war es schon mit unserem Rundgang durch die ANC Österreich. Ihr seht, so sind wir ganz einfach, ungeschminkt, ungestellt. Wir haben viel Spaß miteinander und ich würde mich freuen, wenn wir euch begeistern konnten, euch inspirieren für die Tätigkeit der ANC-Beraterin oder Beraters. Meldet euch ganz einfach und lernt uns noch näher kennen. Also, alles Liebe, eure Andrea Küster. Tschüss!